Dirk ist einer unserer Aktivposten hier, Dirk Prims, der in bewundernswerter Taktung hier Workshops und Vorträge, Vorschläge rausgehauen hat. Und du betreibst Podcorn, du machst den Anerzählt-Podcast und die Bühne gehört dir. Super gut, das war praktisch eine unfreiwillige Steilvorlage für mich, wird wunderbar. Ich werde jetzt in der nächsten halben Stunde wenigstens in Teilen meinen Inner Trump zu euch channeln. Ja, also ihr habt es gerade gehört, ich bin eigentlich Podcaster und Podcast-süchtig. Ich bin jemand, der beruflich sehr viel zwischen USA und Deutschland hin und her springt, deswegen vergleiche ich auch immer so gerne. Und ich bin ein Community-Mensch, das ist also sozusagen gleich drei Dinge auf einmal, die mich superkompatibel mit der Podcast-Szene und mit euch allen hier im Raum macht. Und natürlich gibt es da immer viel Grund, sich mal aufzuregen. Damit ihr mich nicht verwechselt, wenn ich meinen Inner Trump-Channel, dachte ich mal... Ich wechsle mal gerade die Haar-Draht. Ja, ja, also ich meine, damit ihr mich nicht verwechselt, ja, Dirk, Trump, ja, geht? Gut. China, 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 all my friends say China, okay, es geht, ich komme hin, ich komme hin. So, Trump wird hauptsächlich in der ersten Hälfte meines Vortrags im Raum anwesend sein, also nur damit ihr es so grob einordnen könnt und euch nicht wundert. Und da will ich euch mal sagen, die deutsche Podcast-Landschaft ist ein Desaster. It's a disaster, all my friends say it, I can't tell your friends that say it, würde der jetzt irgendwie so im Fernsehen sagen und schon bin ich nicht mehr Trump. Wenn die Mehrmals rüberfällt, wird es ein längerer Vortrag. Man weiß ja, bei denen ist ein H&E-Niveau vorne und hinten, von daher passt es ja auch. Ja, also wichtig, auch der Ausrufezeichen, es ist ein Desaster, es ist furchtbar. Also wir leben in einer Welt, die ist ganz grausam. Einmal erreichen wir niemanden. Je nachdem, welche Statistik man sich anschaut, 7 bis 13 Prozent der Hörer, das sind ja gerade mal 10 Millionen. Und ich meine, vergleich das mal mit China. China sind viel mehr Leute und die werden von viel mehr Podcastern und viel mehr Hörern bevölkert. Das heißt, 10 Millionen Hörer ist ja praktisch nichts. Und egal, mit welchem Podcaster ich rede, egal, welche Diskussion ich mir im Sendegate anschaue, wir haben alle dasselbe Problem, wir erreichen niemanden. Es gibt auch kein Potenzial übrigens bei uns in der Szene. Was ein schönes Argument ist, was man immer hört, ist, die Amerikaner, es sind so viele Amerikaner, es gibt so viele von denen und die hören ja alle Podcasts. Und es gibt so viele Podcasts und die sind auch so viel tollerer als unsere Podcasts. Muss ich euch mal sagen, es gibt allein in Amerika 20 Millionen Deutschsprechende, um die wir uns übrigens gar nicht kümmern. Also könnte man ja auch mal angehen. Insgesamt sind es um die 105 Millionen und ich nenne das mal ein Hörerpotenzial. Das ist, also doch, die haben alle zwei Ohren und die meisten von denen können hören. Und die meisten von denen sitzen jeden Tag irgendwo im Auto oder U-Bahn oder sonst wo und hören Dinge an und haben, wenn sie mit anderen Leuten reden könnten, lieber Ohrenstöpsel im Ohr. Und denen können wir helfen. Ja, also, wenn wir jetzt mal gucken, wir, das ist der grüne Punkt, wir erreichen schon mal niemanden. Das sind 10 Millionen und von denen, das ist ja überhaupt nichts, vergleichen wir den 105 Millionen Leuten, die es gibt. Und eigentlich müssten wir eher versuchen, auf 7 Milliarden zu kommen, finde ich, potenziell. Und dann sind wir bedroht. Aber hallo, wir haben es jetzt gerade schon mal gehört, schon wieder, Spotify, Spotify nimmt uns unsere Hörer weg. Und übrigens, die Radiostationen nehmen uns auch unsere Hörer weg. Und im Allgemeinen, YouTube und Soundcloud ist ja nah am Teufel, weil übrigens, die nehmen uns, übrigens, Zuschauer und Hörer weg. Und wenn wir jetzt mal die Business- und Marketing-Podcasts annehmen, das ist unredlich, das ist ganz furchtbar, weil die wissen ja, wie man Hörer erreicht, die nehmen uns die auch weg. Und übrigens, statistisch gesehen, hört ein durchschnittlicher, normaler Podcast hören, damit meine ich nicht die Wahnsinnigen hier im Raum. Also, ich meine ganz normale Menschen. Ganz normale Menschen hören um die fünf Podcasts. Auch die Amerikaner übrigens. Um die fünf Podcasts. Das heißt, Tim und Holger nehmen uns auch unsere Hörer weg. Eigentlich, wenn man es genau nimmt, nimmt allein schon Tim uns die Hörer weg. Meine. Ich meine, ganz im Ernst, ja, also ich meine, wie kann man denn da überhaupt noch, ich schmeiße es hin. Nee, geht gar nicht, geht gar nicht. Und deswegen würde ich sagen, regen wir uns auch regelmäßig völlig berechtigt darüber auf, wenn Leute doch es wagen, Geld verdienen zu wollen mit Podcasts. Weil die nehmen uns auch unsere Hörer weg. Die könnten ja unter Umständen Formate bauen, die besser sind als unsere. Und weil es ja nur 105 Millionen gibt, Himmel, Herrgott, ja. Also, ich meine, das müssen wir schon so ein bisschen bekämpfen, finde ich. Und das ist auch bei Spotify so. Ich habe drei so Spotify-Hörer daheim. Die sind 11, 13 und 15 Jahre alt. Die will ich mal sehen, wie die bei Spotify Podcasts hören. Weiß nicht wirklich, ob das eine Bedrohung ist. Im umgekehrten Schuss, ganz interessant, die könnten vielleicht, die Spotify-er dieser Welt könnten vielleicht ein bisschen mehr Podcasting in die Breite tragen. Also das ist mal so am Rande. Gut, jetzt haben wir mal etabliert, wie furchtbar es eigentlich bei uns ist. Und jetzt kommt obendrauf, unsere Podcasts sind scheiße. Also wir haben immer dasselbe, ist immer dasselbe. Drei Leute, die fünf Stunden über Technik reden, und zwar Apple. Und das die ganze Zeit. Tim? Also ich meine, schaut euch das mal an. Ein Einheitsbrei, ja. Wir haben da ja, also eigentlich alles das Gleiche. Von das tägliche, eigentlich reden die alle. Also ich meine. Und ja, alle in Deutsch. Also ich meine, furchtbar. Ich finde, wir müssen mehr von den Amerikanern kopieren. Ganz im Ernst. Wo ist das Serial? Wo ist es? Ich sehe es nicht. Ja, genau. Also ich denke, ihr wisst, was ich meine. Das Spektrum hier. Und jetzt nehme ich da Trump. Also ich hoffe, ihr verwechselt mich jetzt nicht mehr. Das Spektrum hier geht tatsächlich von dem Ein-Wort-Podcast bis rauf zu wirklich hochinteressanten Gesprächsrunden, bei denen man sich fühlt, als wäre man bei Freunden zu Gast, die wesentlich schlauer sind als man selber. Und man darf einfach mal zuhören bei einem Thema, das einen wirklich interessiert. Es gibt Wissenschaft, es gibt Geschichten, es gibt sogar erstaunlich viel, was sich im Moment gerade im Bereich Geschichten tut, ja, auch das berühmte Storytelling. Also wir wissen ja, sobald man was Englisch nennt, ist es automatisch besser und weiter fortgeschritten. Geschichten erzählen ist irgendwie öde, aber Storytelling ist natürlich ganz bombastisch und wir müssen besser werden. Ich finde, wir sollten uns mal näher mit Johannes unterhalten oder mit den Jungs von der Geschichtenkapsel oder mit all den anderen Formaten, die es in letzter Zeit in der Podcast-Landschaft so gegeben hat. Da sind großartige Formate drunter. Und ich sage euch mal ganz ehrlich, ohne Trump zu channeln, ich kriege jedes Mal Plagg, wenn irgendwer anfängt zu schreiben oder zu reden über Podcasts und Empfehlungen rausgibt, die eigentlich zu 90% Ami-Formate sind und sich nie die Mühe gemacht hat, unsere eigene mal anzugucken. Und da sind wir eigentlich alle gefragt, weil eigentlich müssten wir rumlaufen und müssten allen Leuten da draußen, die noch keine Podcasts hören, hin und wieder mal einen nicht aufdringlichen, aber einen freundlichen Hinweis geben. Es gibt für jeden da draußen irgendeinen Podcast, den er interessant findet. Und es ist vielleicht nicht immer der 4-Stunden-Gesprächspodcast, aber es ist vielleicht der 10-Minuten-Geschichten-Podcast und wir haben für alle diese Dinge Antworten. Speziell finde ich da interessant, auch mit Blick auf unsere Tour gestern, die wir durch die Hörspielstudios gemacht haben, ich glaube, wir haben viel, was wir von Radios lernen können. Wir müssen die nicht kopieren, die müssen uns nicht kopieren, wir können einfach mal miteinander Hand in Hand Hörer erschließen und da gibt es viel, was ich tun lässt. Das mal nur so zusätzlich. Also, lassen wir versuchen zusammen, let's make Podcasts great again. Und da kommt jetzt so die zweite Hälfte, wo Trump sowieso jetzt hier unter dem Pult verschwunden wäre. Ich betreibe ja Podcorn.de. Und damit ich Podcorn.de betreiben kann und hin und wieder mal einen Hinweis für eine Episode reinpacken kann, höre ich um die 102 Podcasts. Nein, ich höre die nicht alle jedes Mal und nicht alle Episoden. Ich rutsche da auch mal durch. Und ja, auch da sind ein paar Englische dabei. Aber ich erkenne langsam Muster. Also, wenn man viel genug hört, dann erkennt man ein paar Muster. Und ich dachte mir, ein paar von diesen Mustern teile ich mit euch, ein paar Beobachtungen. Die sind auch nicht alle ganz neu. Also, von daher wird das ein oder andere dem euch schon mal bekannt vorkommen. Aber ich glaube, es gibt Dinge, die wir tun können, um wirklich Podcasts noch ein bisschen besser werden zu lassen, noch ein bisschen unterzubringen. Also, hier wieder Dirk, nicht mehr Trump. Nummer eins. Inhalt. Das ist das, wo wir alle glänzen. Das ist das Schöne am Podcast. Wir sind alle frei. Es gibt völlige Freiheit in der Format, der Inhaltswahl, völlige Freiheit in den Möglichkeiten. Und es gibt verdammt viele da draußen, die die gar nicht nutzen. Einfach über das zu reden, was gerade irgendwie heute früh als Schlagzeile in der Zeitung gestanden ist, ist sehr verlockend. Nicht immer unbedingt das Allersinnvollste. Einfach mal wild über alles zu reden, kann Spaß machen, aber wahrscheinlich nur meinen engen Freunden. Ich habe eine Menge Podcasts gesehen, die genau sowas sind. Sowas würde ich sozusagen als Anfangseinstiegs, ich möchte mal mit der Technik warm werden und mich bekannter machen, finde ich das völlig in Ordnung. Aber ich glaube, es lohnt sich, wenn wir alle so ein bisschen auf unseren Inhalt achten und den immer weiter vorantreiben. Da weiß ich auch, dass ich hier jetzt praktisch zu den Bekehrten gerade predige. Also ich glaube, hier in dem Raum ist es so, dass die meisten sicherlich ein ganz gutes Format haben. Das Nächste, was man sich anschauen muss, und das ist so der Punkt, den ich immer wieder mal wahrnehme, ist, und auch da kriege ich spontan Herpes, wenn ich ihn höre, diesen Satz, wir müssen endlich aus der Nische raus. Nein, wir müssen in die Nische rein. Und das will ich ganz kurz erklären. Wir haben ja nur 10 Millionen Hörer. Und von den 10 Millionen Hörer, wenn wir davon mal nicht mal ein Prozent, sondern ein Zehntel davon 0,1 Prozent irgendwie adressieren, dann habt ihr immer noch 1.000 Hörer. Mit eurer Nische. Das Schöne am Podcast ist, dass wir es auffächern können. Und was im Moment gerade der Podcastszene meiner Meinung nach und Beobachtung nach am meisten schadet, ist dieser Berg an Leuten, die alle über dasselbe reden. Und damit meine ich nicht die Leute hier drin im Raum, sondern ich meine die Leute, die plötzlich allen erzählen, wie man richtig priorisiert und wie man richtig erfolgreich im Job ist und wie man so ein richtiger Leader wird und wie man Geld verdient, indem man weniger tut und mehr Marketing macht und so weiter. Derartige massenkompatiblen Themen. Gerne, ich nehme immer gerne Applaus. Warte mal, ein bisschen johlen geht immer, oder? Derartige Massenthemen, die praktisch auch inhaltlich auf billig produziert sind, schaden uns. Weil die machen einen Berg von Inhalt aus, wo ich niemandem böse sein kann, wenn er zufällig reinsteuert und sagt, auch Podcasting ist nichts für mich. Und da sind wir auch wieder bei Plattformen und bei Radiosendern, weil wenn die eins können, dann können sie eine inhaltliche Konzeption und eine inhaltliche Ausgestaltung. Und ich glaube, da ist ein Platz, wo wir ja durchaus miteinander viel Spaß haben können. Und das wäre so der Punkt Inhalt. Es gibt eine Korrelation zwischen Aufwand, den ich betreibe, und den Hörern, die ich erreiche. Je mehr Aufwand und je mehr Inhalt ich in meinem Podcast habe, desto besser wird es werden. Und da ist es so, wenn ich gar nichts investiere, also mir keine Gedanken um den Inhalt mache und keinen Aufwand in meinem Podcast allgemein stecke, dann werde ich erstens wenig Leute erreichen und eigentlich ist es Mist, was ich produziere. Hier, das ist so der Hobbyisten-Sweet-Spot. Das ist so der Bereich, wo man sagt, hey, ich kann noch ein Leben haben und einen schönen Podcast produzieren. Das ist die, ich nenne es auch gern, die methodisch inkorrekte Zone. Da ist der Bereich, wo wir einfach wirklich auch was beitragen können, was andere nicht haben. Weil jeder von uns kennt super spannende Leute. Jeder von uns hat ein Experten, ein Gebiet, in dem er Experte oder sie Experte ist und das wir teilen können. Jeder von uns hat Ideen, die so noch nicht da waren. Und ich würde sagen, kopieren ist toll, aber nachdem man mal erfolgreich kopiert hat, was schon mal da war, dann einfach mal wild werden und spielen. Benutzt mal die Freiheit, die es in dem Medium gibt. Das kann ja das tägliche Wort im Vergleich zu FSME, FSME, ja, NFSE. NSFW, ich konnte es noch nie aussprechen. Das ist ungefähr, aus dem Gefälle kann man Strom gewinnen. Das einfach mal auszunutzen, diese Bandbreite und dann auch die Grenzen zu dehnen. Da ist auch viel nicht getan, noch viel nicht probiert. Technik. Gott, kann man da schön reinsinken. Kann man sich damit schön beschäftigen. Noch nie war die Einstiegshürde für großartige Audio-Produktionen so niedrig wie heute. Geht mal auf archive.org und sieht euch das, was vor, sagen wir mal, 20, 30 Jahren im Radio lief, also mit dem damals teuersten Equipment und den Profis der damaligen Zeit produziert worden. Hört es euch mal an. Und dann vergleicht euch das mal mit einer guten Produktion, die per Studio-Link verbunden ist, mit dem Tim Pridlove Gedächtnis-Headset aufgenommen wurde. Insgesamt Equipment für 500 Euro. Das Equipment, was oben in dem Hörspielstudio steht, das ist eine Viertelmillion in der Anschaffung. Was wir für weniger als 500 Euro an Audioqualität haben, hält mit Radiostationen in den letzten Dekaden mit. Es ist kein Hexenwerk. Aber ein Headset sollte man schon mal kaufen. Selbst wenn es nur das 30-Euro-Headset ist. Und das ist das andere. Ich bin immer wieder erstaunt, wie Leute sagen, ich möchte mal ranfangen und dann einfach nur das Mikro nehmen, das am Laptop ist. Aber umgekehrt, sobald sie beschließen, ich möchte mal ein bisschen fotografieren, sich die 1000-Euro-Knipse kaufen und damit fotografieren wollen. So ein Mittelweg ist, glaube ich, toll. Auch hier sicherlich hier viele Leute, die sich viel mit Technik beschäftigen. Ich glaube, Technik hat ihren Platz, aber man soll sie auch nicht überbewerten. Also den Grenznutzen, den ein bisschen locker halten. Was zur Technik gehört, ist Intros. Und ich glaube, Intros sind ein brachliegendes Feld. Wir sind fantasielos mit Intros. Also mich eingeschlossen. Intros sind bei den allermeisten Podcasts einfach schlicht ein Einspiel-Jingle, in den sie vielleicht reinreden. Und danach eine Batterie von Entschuldigungen und Ankündigungen. Also es ist also im Prinzip am Anfang irgendwie 30 Sekunden CC-Null-Musik im Worst-Case. Und danach mehrere Minuten. Ich weiß, ich habe versprochen, ich werde mich öfter melden. Und das ist jetzt aber jetzt schon, also es war ja halt Leben und ich hatte irgendwie Stress. Ihr wisst ja, wie das ist. Und bei dir war das ja auch so. Und im Übrigen, also ein paar haben sich auch beschwert, das fand ich übrigens nicht so richtig gut. Also das fand ich nicht so gut. Deswegen möchte ich es auch mal sagen, ich mache das hier freiwillig. Ich mache das für umsonst und da beschwern es nicht in Ordnung. Aber es tut mir auch wirklich leid. Also entweder nun, es tut mir leid und ich lade alle ein, dass sie ein bisschen auf mir rumklopfen. Oder es tut euch bitte nicht leid. Ihr macht etwas, das war vorher noch nicht da. Ihr tragt etwas bei, das vorher noch nicht irgendwo so zu hören war. Ihr investiert eure Zeit, um etwas Tolles zu schaffen. Und die meisten Podcaste, die ich kenne, sind großartig. Auch die, mit denen ich mich irgendwo nicht selber verbunden führe, sind trotzdem immer irgendwo ein echter Beitrag. Dafür muss man sich nicht entschuldigen und bitte nicht ein Drittel der Länge des Podcasts. Und das sage ich euch aus, sagen wir mal, Feldstudien heraus. Ich habe immer wieder mal, dränge ich meiner Umwelt Podcasts auf und die Phase, in der die Leute aus dem Podcast wieder aussteigen, ist am Anfang. Und die steigen übrigens aus, weil sie das Meta-Geschwafel nicht raffen. Also wenn man wirklich anfängt mit einem kurzen, crispen Intro und wenn das Intro originell ist, hat man da schon die erste Chance, Einstiegsdroge zu sein. Ein bisschen wie mit Heroin, das angeblich manchmal schon beim ersten Versuch süchtig macht. Ich habe zwei oder drei Podcasts, die habe ich allein abonniert, weil ich schon das Intro so großartig fand. Und es gibt es wenig und ich glaube, Intros verdienen ein bisschen Liebe, auch künstlerische, gestalterische Liebe. Aber das mal nur so an den Rand gestellt und Intros, die gesamte Intro-Phase, ein bisschen kompakter, schadet gar nicht. Nächster Punkt. Zur Technik gehört meiner Meinung nach auch die Sprache. Und ich weiß jetzt nicht, ob ihr schon mal so etwas über Rhetorik gehört habt, wie man denn seine Aussprache verbessern kann. Da gibt es ja immer diese Übung, die können wir jetzt mal alle machen. Da können wir den Finger so in den Mund nehmen und einfach mal alle vorrufen, wie ein Podcast heißt. So albern, wie das jetzt gerade aussieht, eigentlich eine super Übung, vor einem Podcast sich warm zu sprechen. Muss man jetzt nicht so machen, könnt auch unter der Dusche singen. Pre-Show und Post-Show, super Idee. Es ist beeindruckend, wie viele Podcasts kalt starten und man hört es ihnen an. Also wenn praktisch Mikro einschalten und sofort mit der Aufnahme beginnen, wir haben das vorhin mal gehört, vorne aufnehmen, hinten beenden, so nehmen, rausstellen ins Netz, kann man machen, aber rein für die Sprache wäre es so, wenn man ein bisschen, wenn man besser werden möchte, ist das übrigens ein Feld, in dem ihr sehr einfach, sehr schnell, mit wenig Aufwand viel erreichen könnt. Ein bisschen, ein bisschen auf die Sprache achten, seine eigenen Podcasts mit Zeitversatz noch mal durchhören und sich vielleicht mal aufschreiben, welche Worte man oft wiederholt. Ja, man muss nicht jedes Äh rausschneiden, aber man kann Ähs auch ein bisschen in den Griff bekommen und mit denen spielen. Also es gibt Leute, die wissen, dass sie Ähs machen und dann anfangen, andere Alternativen dafür zu finden und wenn man die abwechselt, ist es auch nicht mehr ganz so anstrengend. Ich glaube, das ist ein Feld, das technisch ein bisschen brach liegt, wo wir alle eigentlich für den Nulltarif besser werden könnten, wenn wir ein bisschen Aufmerksamkeit drauf packen würden. Weil jeder braucht einen Rainbow, Butterfly, Unicorn, Kitten und wenn du das mit dem Finger im Mund oft genug sagst, dann drückst du dich flüssig aus im Podcast, verspreche ich. Promo. Folgende Beobachtung. Neues Format taucht auf. Format, Bombe, ja, Nullnummer raus, eins, zwei, drei, alles landet. Was sofort angelegt wird, ist natürlich die Facebook-Page. Alle Freunde werden eingeladen und danach wird regelmäßig, wird regelmäßig immer der Link jeweils geteilt. Ich bin schuldig im Sinne der Anklage. Auch das war meine Methode, um meine eigenen Formate zu versuchen zu positionieren. Funktioniert Nullinger. Gar nicht. Also nicht nur, dass Facebook diese Dinge einfach verschwinden lässt und wahrscheinlich dankbarerweise so. Es ist auch noch so, dass ihr Zeit darauf verwendet, sowas zu tun, die genauso gut in Sprechen mit dem Finger in den Mund fließen könnte oder aber Arbeit an dem Intro fließen könnte. Warum ist dieses ganze Medium denn so hochgekocht? Naja, weil Facebook darauf optimiert ist, Werbeeinnahmen zu generieren und zwar idealerweise auch vom Podcast. Und deswegen bin ich irgendwann mal hergegangen und habe das mal getestet. Also ich habe mal irgendwann mal meine Flatter- und Patreon-Einnahmen genommen. Ein paar habe ich, nicht wirklich richtig viel, aber so ein bisschen was habe ich und habe mal gedacht, okay, jetzt schauen wir mal, was Facebook so kann. Und was bei Facebook ja großartig und total beeindruckend ist, man kann praktisch von der Schuhgröße, naja, Schuhgröße nicht, aber man kann sehr, sehr detailliert auswählen, wen man denn eigentlich erreichen will. Also habe ich gesagt, okay, ich will Leute erreichen, die mal gesagt haben, sie stehen auf Radio oder auf Podcast. Ich möchte hauptsächlich Deutsch spreche, Sprechende aus Deutschland, Österreich, Schweiz erreichen und so weiter. Und was wirklich super funktioniert ist, ich habe dann einen Beitrag genommen, der ganz organisch, Facebook ist auch so freundlich, dir das mitzuteilen, sagt, hey, da ist ein Beitrag, den anscheinend besonders viele Leute interessant finden. Dann habe ich den genommen, ja, das war in meinem Fall die Geschichte von einer Frau oder von der ersten Frau, die in einem offiziellen Marathon-Wettbewerb mitgelaufen ist. Diese Frau hat sozusagen für alle anderen Frauen, die heute ganz selbstverständlich Marathons laufen dürfen, den Boden geebnet, weil es war damals ein Medienskandal und ging um die Welt mit Foto. Da hat es auch geholfen, dass der Veranstalter versucht hat, die Frau im Rennen aus dem Rennen raus zu zerren und von dem Freund besagter Frau niedergeschlagen wurde. Das muss man halt auch irgendwie dazu nehmen. jedenfalls dieser Beitrag, den habe ich genommen und habe ihn mal, weil er sowieso schon Aufmerksamkeit erregt hat, mit ein bisschen Geld versehen und versucht, Hörer zu gewinnen. Hat Bombe funktioniert? Ich saß sekündlich vor meinen Statistiken und habe mich über jeden gefreut, der auf meine Seite surft. Ja, also war Bombe ein gutes Erlebnis. Nachdem das Geld weg war und verbraucht war, war dann irgendwie auch kein Traffic mehr auf dem Artikel. und von den 20.000 Leuten, die ich mit den 100 Euro Invest erreicht habe, das wäre natürlich total geil. Also wenn du sagst, ich werfe irgendwo 100 Euro hin und ich habe 20.000 Leute in meinem Podcast Bombe. Aber von diesen 20.000 Leuten, die ich erreicht habe, haben gerade mal noch 1.700 auf den Link geklickt. Die meisten haben aber nur Like geklickt und waren dann auch irgendwie wieder weg. Ein paar Hundert sind auf meinem Podcast wirklich gegangen, haben irgendwie mit dem interagiert. Also ich habe auch Downloads gesehen. Es wurde also auch laut Podlove, haben die denn auch alle angehört. Und ich würde sagen, schätzungsweise, vielleicht habe ich ja dann hinterher fünf neue Hörer gehabt. Das heißt, diese Konvertierung funktioniert mit Facebook nullinger. Und die Regel, die man daraus ableiten kann, man kann Hörer nicht kaufen. Man kann Hörer nur gewinnen. Und die Hörer gewinnt man nicht, indem man Facebook Geld in den Rachen wirft und sagt, schau mal da, ein super schöner Link, bunt Video, Clickbait gibt es reichlich. Die folgen vielleicht sogar noch, aber man muss sie dann trotzdem immer noch mit dem Podcast selber gewinnen. Und da wären wir jetzt bei Distributionskanälen und ähnlichen. Es gibt Leute, die wissen, wie man das besser macht und die dann trotzdem eben nicht auf Facebook gehen. Was gibt es denn an Alternativen? Ich wäre mal dafür, dass wir uns vielleicht mal wieder Gedanken darum machen, wie man in der Offline-Welt Leute wirklich erreicht. Also wie man wirklich, ich muss lernen, euch klatschen zu lassen. Ihr dürft gerne jetzt mal klatschen. Weil wir uns wie die Kanickel alle auf denselben Kanal stürzen, erreichen wir alle übrigens auch nicht die 105 Millionen Leute. Also wenn wir alle in Facebook reinbrüllen, an alle dieselbe Zielgruppe, hey, bitte geht doch zu meinem Podcast. Erinnert euch an die fünf Podcasts, die die Leute abonniert haben. Drei von denen sind von Holger und Tim besetzt. Wir haben also noch zwei. Dann hoffen wir mal, dass die nie bei Methodisch-Inkorrekt vorbei surfen. Es ist nämlich nur noch einer. Und ja, um den müssen wir jetzt mal kämpfen. Und da lohnt es sich vielleicht irgendwo hinzugehen, wo die nicht sowieso schon rumlaufen. Das heißt, wenn ich einen Geschichtspodcast mache, dann will ich vielleicht mal irgendwie auf eine Tagung, wo sich Geschichtsinteressierte treffen, gehen oder ich rede mal mit jemandem, der, keine Ahnung, der ein Buch schreibt, ob man nicht eine Kursprobe machen kann oder ich hänge mal ein Plakat irgendwo aus oder ich gehe mal an die Uni, wo irgendwo Geschichte ein Thema ist oder ich laufe rum und erzähle Leuten, wie genial eigentlich Podcasting ist. Und by the way, ich habe auch einen Podcast, der heißt Anderenzeitpunkt nennen, da dürft ihr gerne vorbeikommen. Was auch immer ihr macht, ich glaube, es wird im Zweifel immer darauf rauslaufen, einzelne Leute anzusprechen, mit denen zu reden in der Offline-Welt, da, wo eben nicht Facebook und fünf Sekunden Aufmerksamkeitsspanne herrschen, sondern da, wo Leute wirklich interessiert dran sind, ein Gespräch zu führen. Letztlich, wenn man es alles zusammenfasst, komme ich auf eine Liste. Die Liste ist erstmal Nische bringt's. Bitte lasst euch nicht einreden, ihr müsst ein Massenthema machen. Nein, es ist nicht Sex und es ist nicht Erfolg im Leben und es ist nicht Kindererziehung, auf das wir uns alle bitte stürzen sollten, sondern es ist Text-Adventure spielen, es ist Motorradreisen, es ist meinetwegen Fliegen fischen. Es sind verschiedenste Themen und ich glaube, wir sollten unsere Nische leben, weil wenn wir nämlich das, was wir total genial finden, mal so ausgereist haben, dass alle Freunde in unserer Nische uns auch folgen, dann haben wir mehrere tausend Hörer. Jeder. Und vor allen Dingen jeder tausend andere Hörer. Ein guter Freund von mir hat mal gesagt, ein bisschen ist die Podcast-Szene halt auch deswegen so klein, weil wir alles Podcaster sind, die für Podcaster podcasten. Das stimmt wahrscheinlich und ich glaube, dass wir auch daran kranken. Das heißt, wir vergessen immer so ein bisschen, dass das Spielkommunikation und Spaß dabei haben ist. Wir haben sicherlich Spaß an der Produktion unseres Formats, aber unsere Hörer müssen eben auch Spaß haben. Und dass die Spaß haben, das heißt dann so Dinge wie, ein bisschen Vorbereitung muss nicht viel sein, es darf trotzdem Labercast sein. Ich finde Labercast toll, aber man kann auch den Labercast entwickeln. Also auch der Labercast ist ein Format, den gibt es in schlecht und es gibt ihn in gut. Und ich glaube, dass wir uns versuchen sollten, auf dieser Achse von schlecht bis gut Richtung gut zu bewegen. Oder immer mal so ein bisschen besser zu werden. Formate, bitte kein Einheitsbrei, spielt damit mal rum. Intro, kürzer ist besser, aber trotzdem eins haben und zwar bitte, je origineller, desto besser. Audio, wichtig, damit verschreckt man Leute, wenn Audio wirklich schlecht ist. Sprache ist meiner Meinung nach unterbeachtet, liegt brach, die Leute machen zu wenig. Facebook-Promo, nie wieder, also ich, könnt ihr gerne machen. Twitter-Promo und Google-Promo ist noch furchtbarer. Damit erreicht man es nicht wirklich, weil es geht eben nicht ums Klicken, es geht ums Zuhören. Und die Leute, wenn sie auf einer Webseite surfen, die sind bereit zu klicken, aber nicht zuzuhören. Und man muss sie dann ansprechen, wenn sie im Zuhörmodus sind. Und wenn man erstmal Hörer anfängt zu finden, dann finden einen die Hörer von alleine. Das ist nämlich das Nächste. Also es ist wie Freundeskreise, man wird anderen vorgestellt. Und das idealerweise eben mit unserer Nische, wenn man ein Profil hat, wenn man Eindruck machen will, muss man Ecken und Kanten haben. Also bleibt nischig. Und Neues zu probieren dabei, ich habe immer das Gefühl, wir versuchen einfach die Amis nachzumachen an vielen Stellen. Das scheint im Moment der Mode zu sein. Also da ist so der Satz, Neues probieren ist wie nachmachen, nur krasser. Bitte probiert einfach Neues. Weil das, was die Amerikaner machen, da ist viel Tolles dabei, was aber gern mal vergessen wird, ist, dass wir andere Ausgangssituationen haben. Und wenn ihr ein Serial machen wollt, fein, super, dann gründet bitte ein Team mit 20 Leuten, von denen fünf Leute Aufnahmen machen und fünf Leute sich nur um die Grafik kümmern und fünf Leute dann Texte schreiben, dann könnt ihr an Serial ran stinken. Wenn wir aber Spaß daran haben, Innovationen mit ein oder zwei oder drei Leuten zusammen zu machen, dann heißt es andere Formate. Und die heißt es liebhaben und weiterentwickeln. Und da gibt es Dinge, die die Amerikaner nicht können. Da gibt es Dinge, die wir besser können. Und die sollten wir pflegen. Und dann hätte ich gerne noch einen abschließenden Satz. Und dann bin ich auch fertig. Einfach mal locker machen. Also ich habe immer wieder mal dieses Gefühl, wenn so Schlagworte wie, ich sage es mal, Spotify, Qualitätspodcast, Marketing, Businesspodcaster. Wenn sowas kommt, kriegen wir alle immer sofort Plack und man sieht praktisch schon die brennenden Fackeln, die von hinten durchgereicht werden. Das Internet ist groß genug für uns alle. Die dürfen alle, die können alle. Lass die mitspielen. Je mehr Leute Podcasts machen, desto wahrscheinlicher ist, dass wirklich gute Sachen entstehen. Und je weniger wir uns abkapseln und nur unser Ding machen und sie alle raustreten, desto mehr dürfen wir auch dort Einfluss haben. Das ist nämlich das andere. Jemand, der mit einer Business-Marketing-Funnel-Denke an die Sache rangeht, von dem gibt es vielleicht ein, zwei Dinge, die wir lernen können. Und es gibt ganz viele Dinge, die wir ihm nahe bringen wollen. Und der wird uns nur zuhören, wenn wir freundlich auf den Zug gehen. Und damit bin ich am Ende. Ich bin nämlich der Meinung, dass wir eigentlich, also ich finde, Podcasting ist das beste seit geschnittenem Brot, mal ganz ehrlich. Es ist die Weiterentwicklung von Audio und tritt eine Reise an, die vorhin ein Video und vorhin ein Text gemacht hat. Und bis jetzt bin ich der Meinung, dass ein Medium plus Internet und plus viele, viele Menschen, die mitmachen dürfen und frei mitmachen dürfen, das hat bis jetzt nur Gutes hervorgebracht. Und das wird auch bei uns weiterhin so sein. Vielen Dank. So, danke Dirk. Vielen Dank. Vielen Dank.